Dies ist eine LibriVox-Aufnahme, gelesen von Stefan Schmelz für LibriVox.org. Bildergeschichten von Wilhelm Busch Die Hungerpille Der Doktor und Professor Neidknochen liest in der Zeitung die Preise der Lebensmittel und ist ganz entsetzt über die zunehmende Teuerung. »Das muss anders werden«, sagt er und rennt wie närrisch im Zimmer umeinander. »Da könnte man am Ende um sein ganzes Vermögen kommen.« Da fällt ihm ein Artikel in die Hand, in welchem behauptet wird, der Hunger wäre nur eine Einbildung und das Essen eine schlechte Gewohnheit. Gleich am anderen Morgen fängt er an, Ersparnisse zu machen. Aber nicht an sich selber, sondern an seinem Hund. Das heißt, er trinkt Kaffee, aber der Bürschel kriegt nix. Zum Mittag fangt auch er an zu fasten, aber sein Magen wird darüber rebellisch und untersteht sich zu knurren, was er durch ein einfaches Manöver zu unterdrücken sucht. Am folgenden Tage meint er doch, der Hunger tut weg und eine Kleinigkeit könne dem Experiment nicht viel schaden. Er fängt sich daher eine solche in einer Mausefalle. Er kocht sich die Maus und speist sie. Der Bürschel, der bereits Zaunracker dürr wird, kriegt natürlich nichts und richtet daher sein Augenmerk auf das kleine Geflügel. Am nächsten Morgen wird es dem Herrn Professor schon ganz neblig vor den Augen. Aber er hat sich fest vorgenommen, seine Theorie durchzuführen. Sein Magen fordert jedoch mit solchem Ungestüm Arbeit, daß er in Ermangelung von etwas Besserem seinen Kanarienvogel umbringt und ihn am Lichte bratet. Jedoch, das gibt nicht mehr aus, und der Herr Professor fängt bereits an, wankelmütig zu werden. Da kommt ihm ein Gedanke. Wozu wäre denn die Wissenschaft? Ich will versuchen, eine magenstärkende Pille zu bereiten, die alle diese sinnlichen Bedürfnisse überflüssig macht. Nachdem die Pille genau nach den Regeln der Wissenschaft aus den stärksten Ingredienzien bereitet ist, ruft er seinen Hund. Da, komm her, Bürschel, da hab ich was Gutes. Der arme Hund, der seit vier Tagen außer zwei Mücken nichts gefressen hat, verschluckt die Pille mit wahrem Heißhunger. Aber kaum hat er sie drunten, so dreht es ihn ein paar Mal im Kreis herum. Der Professor meint, ha, jetzt wird's hunderlustig. Da, mit einem Male tut's einen Knall, und den Bürschel reißt's auseinander, daß der Kopf weit wegfliegt. Die Pille war zu stark gewesen. Au, weh! Jetzt ist's gefehlt, sagte der Herr Professor. Nein, die Pille nehme ich nicht. Da soll mich unser Herrgott bewahren. Am Ende ist's doch gescheiter, ich laß mir ein paar Karbonadel kommen. Wenn nur kein Mensch was erfährt von der Geschichte, ich müßt mich in den Tod hinein schämen. Das ist die Geschichte von des geizigen Doktors Pillen, womit er wollt günstlich den Hunger stillen. Woraus die Lehre geht, glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht. Ende von Die Hungerpille Die Bilder zu den Geschichten gibt es bei gutenberg.spiegel.de Die Hungerpille Die Hungerpille Die Hungerpille